Hier fragt einer, was du von der Verhaftung von Andrew Tate hältst. Damit die erstmal gesellschaftlich durch sind, damit sich jeder von ihnen abwendet. Das ist Psychologie. Wenn das alles nicht hilft, werden die meistens kalt gemacht. J.F. Kennedy. Das ist für mich viel gefährdiger, als irgendwelche Theorien aufzustellen. Die freie Meinungsäußerung, meinst du, die ist gerade gefährdet? Die Köpfe unter Wasser zu drücken, damit sie irgendwann keine Lust mehr haben. Uns hier in Europa wird erzählt, dass China voll Dingens ist. Ich war noch nie in China. Ich weiß es nicht. Weil das ist ein Informationskrieg, in dem wir uns befinden. Jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel. Du hast vor der Pandemie Hier fragt einer, was du von der Verhaftung von Andrew Tate hältst. Ich habe mich ehrlich gesagt damit nicht befasst. Ich kann halt keine Partei ergreifen. Ich kann mir nur Dinge zusammenreimen oder selber spekulieren. Und wenn ich jetzt spekulieren sollte, einmal um die Frage zu beantworten, reine Spekulation ist natürlich Leute, die eine große Reichweite genießen, die Meinungsmacher sind, die vielleicht nicht dem öffentlichen Narrativ entsprechen oder nicht dem öffentlichen Narrativ nachsprechen und Leute für andere Sachen begeistern können, sind natürlich ein Dorn im Auge der, sage ich mal, der Agenda, die gewisse Dinge vorantreiben. Deswegen werden sie halt mit allen Mitteln versucht zu bekämpfen. Man hat sehr oft immer bei solchen Menschen immer die Vergewaltigungsvorwürfe oder die, was weiß ich, was dem auch gerade angehangen wird. Und Leute, die immer mächtig werden oder sich gegen diese, diese, sage ich mal, Propaganda stellen oder gegen das öffentliche Meinungsbild, haben immer Probleme und werden natürlich erst immer als Vergewaltiger oder als irgendwas immer dargestellt, damit die erstmal gesellschaftlich durch sind, damit sich jeder von ihnen abwendet. Das ist Psychologie. Dafür musst du kein Einstein sein. Das kannst du in der Geschichte zurückverfolgen. Jeder, der was zu melden hatte, nehmen wir mal einfach das Thema Tupac Shakur. Das nehme ich immer sehr gerne, weil ich auch ein Rapper bin und das ein bisschen fühle. Tupac zu seiner Zeit, als er, sage ich mal, sehr, sehr bekannt geworden ist und als er wirklich on top seines Hypes war, hat er auf einmal umgeschlagen, hat sich auf einmal in Machiavelli umbenannt und hat dann auf einmal angefangen, politische Dinge zu tun, hat sich politisch engagiert, ist auch, glaube ich, einer Partei beigetreten, dessen Namen ich jetzt gerade nicht kenne. Ich weiß nicht, ob es die Black Panther oder irgendwie sowas. Oder ich weiß nicht noch, wie die Partei hieß. Er ist ja schon als Kind damit aufgewachsen. Seine Mutter war ja schon eine führende Rednerin bei den Black Panthers. Ja, vom Black Panther, ne? Er hat sich dann irgendwann politisch engagiert, hat dann auch der Partei Gelder gegeben, hatte natürlich musikalisch unheimlich viel Reichweite und hatte großen Einfluss auf die Bevölkerung, also auf die Afroamerikaner, ganz groß. Das heißt, wenn er gesagt hat in seinen Tracks, fuck the police, Digga, dann gab es wirklich bürgerkriegsähnliche Situationen in manchen Vierteln, weil die das zu Herzen genommen haben. Und als sie noch gesehen haben, dass der Bruder in die Politik gehen will, um was zu bewirken, und vielleicht, sag ich mal, die Regierung damit ein bisschen anzugreifen, um was zu changen. Ja, dann gab es halt ein Change für ihn. Und meiner Meinung nach wurde er gezielt in den Dreck gezogen. Dann gab es auf einmal Vergewaltigungsvorwürfe, haben wir alle mitbekommen. Er sollte irgendein Mädchen vergewaltigt haben und so weiter. Die wollte vielleicht Geld rausholen, wurde benutzt und immer wieder dasselbe. Die Karte wird oft gezogen, Bro. Auch bei DMX zum Beispiel oder auch bei anderen. Die wird eigentlich immer gezogen, ne? Immer. Immer dasselbe Muster. Du kannst schon ein Muster dahinter sehen. Ja. Und wenn das alles nicht hilft, werden die meistens kalt gemacht. Und am Ende sieht es vielleicht so aus, als hätten die sich eine Überdosis gegeben, Selbstmord gemacht oder wurden abgeknallt. Bestes Beispiel ist wieder Michael Jackson. Ich weiß, viele wollen das vielleicht nicht hören. Da gab es auch ganz viele Propaganda-Videos gegen den Bro auf Netflix. Wegen Kinder und so, ne? Ja, also ich halte das natürlich für übelste Propaganda, weil erst nach seinem Tod haben die auf einmal angefangen, so krass gegen ihn zu schießen. Diese Vorwürfe standen sehr häufig im Raum. Und es gibt aber auch sehr viele Videos, die man sich angucken kann, wie er redet und genau solche Themen behandelt. Er sagt, die wollen mich jetzt kaputt machen, die wollen mich jetzt in den Dreck ziehen. Und genau das ist auch passiert. Keine West, genauso. Also jeder Superstar oder internationale Star, der sich immer wieder gegen die öffentliche Meinung oder gegen Ungerechtigkeit ausspricht, wird immer durch den Kakao gezogen. Und das können wir jetzt zum Beispiel wieder bei einem Andrew Tate sehen. Ich meine, ich will mich jetzt nicht für die einsetzen oder sagen, die haben nichts gemacht. Das ist einfach nur meine Spekulation. Safe. Es ist aber auch vollkommen legitim, finde ich, weil man weiß natürlich nie, was dahinter steckt. Man ist nicht deren Anwalt oder man hängt nicht mit denen ab. Man weiß nicht, was die vielleicht gemacht haben oder nicht gemacht haben oder so. Aber wenn du es halt, wie du sagst, einfach vergleichst mit Fällen, ähnlichen Fällen, wo Leute versucht haben, ähnliche Dinge in der Öffentlichkeit anzusprechen. Wie oft hat er gesagt? Wie oft redet er über die Matrix, über die Leute, die versuchen, uns zu steuern und dass wir aufwachen müssen, dass wir unser Leben unter Kontrolle kriegen müssen, damit wir nicht mehr so leicht steuerbar sind und so ein Scheiß. Das ist ja, die Kernmessage ist ja bei vielen gleich so. Und auf einmal passieren halt Dinge, die in der Vergangenheit bei Leuten auch passiert sind, die ähnliche Dinge angesprochen haben. Dann ist das, was du machst, ist eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Und das zu tun, sollte nicht verwerflich sein. Ja, du erkennst dein Muster. Das ist halt dein Muster. Und wenn du das immer wieder siehst, ich bin ja schon ein paar Jahre alt. Ich habe ja auch Tupac mitbekommen und all diese ganzen Sachen. Wie alt bist du eigentlich, Bruderhead? Ich bin 35 Jahre jung. 35? Ja. Und was ich noch sagen wollte, das Paradebeispiel dafür ist, wenn sich jemand öffentlich an die Gesellschaft wendet, ist nun mal JF Kennedy. Das ist das Paradebeispiel. Ich weiß, viele wollen darüber nicht reden, aber es ist Fact. Hast du mitbekommen? Hast du mitbekommen, was aktuell passiert ist? Naja, was denn? Es sind jetzt neue, also das wurde declassified, Bruder. Und jetzt ist offiziell, dass die CIA mit involviert war. Vor ein paar Tagen. Oder vor einer Woche zwei. Also es kommen immer noch aktuell Informationen raus, die diesen Mord irgendwie, sage ich mal, besser verständlich machen. Und auf einmal kommen halt Informationen raus, wo viele gesagt haben schon in der Vergangenheit, dass das eventuell der Fall gewesen sein könnte. Und dann so hingestellt wurden. Und die Sachen kommen aber Step by Step raus. Du weißt, wie es ist nach 20, 30, 40, 50 Jahren. Oder irgendwann liegt einer. JF Kennedy sollte in seiner Amtszeit Dinge unterzeichnen, die er nicht gemacht hat. Der hat sie nicht unterzeichnet. Der hat sogar Kriege geführt. Er hat das Spiel mitgespielt. Und es gibt halt, es gibt auch das originale Statement von ihm, wo er sich an das Amerikanische und das ganze Volk der Welt gewendet hat. Und über Geheimgesellschaften redet. Dass sich Großkonzerne, Geheimgesellschaften, ich sage jetzt Großkonzerne, sich in die Politik, in die Industrien und überall in jeglichen Bereichen, in die Gesundheitspolitik gekauft haben und wesentlichen Einfluss drauf nehmen. Und er hat sehr viel darüber geredet. Und kurze Zeit später, als es ging, glaube ich, um den Dollar oder um die Goldstandards, irgendwas war da, das hat er nicht unterzeichnet. Weil er wusste, wenn er das tut, gibt er der Federal Reserve Bank, glaube ich, eine sehr große Macht. Das könnt ihr alle nachlesen. Das ist das Titelblatt gewesen. Das ist völlig Bildungsstand in manchen Ländern. Und kurze Zeit danach wurde der Bruder kalt gemacht. Genauso wie zum Beispiel Gaddafi sollte den US-Dollar als Standardwährung akzeptieren, hat er nicht gemacht. Bubz, wurde der Bruder auf jeden Fall hops genommen. Sein ganzes Land wurde auseinandergenommen. Und viele Länder, die dieses Spiel nicht mitspielen wollten, dort herrscht heute leider Chaos und Krieg. Also man sieht schon, wo die Reise hingeht. Vor 20 Jahren war das nicht so ersichtlich, weil das halt mitten im Geschehen war, vor 20, 30 Jahren. Aber wenn man jetzt wieder ein bisschen Abstand zu dem Ganzen nimmt, erkennt man wieder die Muster. Man erkennt Muster, man erkennt Muster. Es kommen immer wieder Sachen raus. Es kommen Sachen raus. Und wer sich halt damit beschäftigt und rational damit umgehen kann und darüber nachdenken kann, erkennt halt einfach, wo die Reise hingeht. Deswegen finde ich auch Verschwörungstheorien zum Beispiel so zu verteufeln, finde ich mehr gefährlich, als über Verschwörungstheorien nachzudenken oder darüber zu reden oder zu diskutieren. Weil wenn du das alles immer verteufelst und die Menschen quasi in der Box drin lässt, dass sie das nicht mehr dürfen, du darfst nicht mehr daraus denken. Du darfst dir keine eigene Theorie über gewisse Dinge aufbauen oder darüber diskutieren, auch in der Öffentlichkeit. Das ist nur ein Narrativ, Bro. Das bricht gerade. Das ist, glaube ich, schon auch gebrochen. Aber es ist schon lange so, Bruderhead. Du weißt, wie es ist, wenn du Dinge, also fast bei allen krassen Ereignissen, wie zum Beispiel JFK, 9-11, gab noch viele andere Sachen, wo Leute kurz danach oder eine gewisse Zeit danach darüber geredet haben, Karrieren zerstört wurden, Menschen teilweise verschwunden sind, Leute gestorben sind etc. Und dann, das ist doch so ein Indikator dafür, dass man das nicht so krass verteufeln sollte. Und ich finde es krass, dass die Leute das halt immer noch so krass auch zulassen, weißt du? Dass wenn jemand mal sich hinsetzt und sagt, guck mal, ich habe hier eine Theorie, ich glaube so und so und so, lass uns mal bitte darüber diskutieren. Wenn du eine bessere Meinung hast, wenn du sagst, nee, das stimmt nicht, ich habe hier ein paar wissenschaftliche Facts, die das aushebeln, dann gib mir die doch, lass uns doch darüber diskutieren und lass uns darüber reden. Weil sonst, wenn du eine Meinung komplett löscht und nur noch eine Meinung stattfindet und nur noch das, was die sagen oder was einer sagt, gesagt werden darf und die andere Seite nicht mehr gesagt werden darf, das ist gefährlich. Das ist für mich viel gefährlicher, als irgendwelche Theorien aufzustellen. Natürlich, es gibt natürlich immer das öffentliche Narrativ, das über allen stehen soll. Das ist aber in jedem Land so. Das ist nicht nur hier so. Jedes Land hat seine eigene Propaganda. Die Russen haben ihre Propaganda. Die Chinesen haben ihre. Die Europäer haben ihre. Die Amerikaner haben ihre. Der Nahe Osten hat seine Propaganda. Das heißt, letzten Endes, weiß keiner wirklich, was abgeht. Man kann immer nur spekulieren, aber dort, wo Rauch ist, war immer ein Feuer. Und dort, wo intransparent herrscht, ist immer Platz für Spekulation. Und das tun wir. Also Menschen, die einfach nicht genau blicken, was Sache ist oder der Information nicht trauen, haben immer das Recht, zu spekulieren und nachzuhaken. Und ich halte es für sehr wichtig, dass man das macht. Das muss man machen, gerade in der heutigen Zeit. Meinst du, dass es gefährdet ist? Meinst du, dass es gefährdet? So Freedom of Speech, die freie Meinungsäußerung, meinst du, die ist gerade gefährdet? Bro, die kann man, guck mal, das ist ein Ding. Die freie Meinungsäußerung, die ist, das ist ja nichts, was geschrieben ist. So, das ist von ein gegebenes Gesetz wie die Freiheit. Das ist von, wenn du geboren wirst, hast du Meinungsfreiheit. Aber Leute kommen in den Knast für Dinge, die sie sagen. Ja, die können nur dagegen, also man kann nur dagegen ankämpfen, aber das ist ein verlorener Kampf, denn es gibt immer Menschen, die ihre Meinung äußern werden. Diesen Kampf kannst du nie gewinnen. Man kann nur probieren, die Köpfe unter Wasser zu drücken, damit sie irgendwann keine Lust mehr haben. Aber letzten Endes setzt sich die Meinungsfreiheit immer überall durch. So, und das kann man nicht aufhalten. Der Mensch ist dafür geboren, um auch zu fantasieren, zu philosophieren. Ah, wenn du so nach China guckst und so, wenn du zum Beispiel nach China guckst oder so, da ist schon Hardcore so. Ich glaube, da haben die das schon gut auf einem guten Level unterbunden. Weißt du? Naja, das wird uns so erzählt. Aber wir leben nicht in China. Ich lebe nicht in China. Uns hier in Europa wird erzählt, dass China voll Dingens ist. Ich war noch nie in China. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich kann diese Information nur entnehmen, von Hören sagen. Aber dafür müsste ich selber mal nach China gehen und einfach mal sagen, was ich denke. Und dann werde ich ja sehen, was passiert. Wenn dem so ist, natürlich. Aber es gibt, was ich damit sagen will, es gibt immer Menschen, die es trotzdem tun werden. Die es trotzdem tun werden. Den Konsequenzen sind dann scheißegal. Ja, so. Die Meinungsfreiheit, die kannst du nicht komplett töten. Weil es immer wieder Journalisten, Schriftsteller, selbst Politiker oder Menschen, die einfach... Rapper. Rapper, Superstars, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, werden immer mal ihre Meinung sagen. So. Die werden natürlich immer durch den Kakao gezogen. So ist es natürlich. Vielleicht werden die in einem Land hingerichtet, in einem anderen Land kriegen die Knast. In einem anderen Land werden die verpönt und gemobbt, wie hier zum Beispiel. So. Und das kannst du aber... Das ist einfach ein Kampf, der immer stattfinden wird, Bro. Weil das ist ein Informationskrieg, in dem wir uns befinden. Und wir sind gerade mit... Bruder, da will ich auch sagen. Das ist eine Desinformation gestreut. Das ist grauenvoll. Deswegen ist der Mensch so verwirrt, dass er sich denkt... Guck mal, ich verstehe auch den Ansatz. Der normale Otto-Normalverbraucher, der normale Arbeiter, der ganz normal arbeiten geht, Steuern zahlt und seine Fresse hält, denkt sich so. Bevor ich irgendjemandem glaube, der sein Wissen wahrscheinlich aus dem Arsch gezogen hat, wo ich dich nachvollziehen kann, woher er das weiß, glaube ich lieber den Medien, weil die seriös sind und die haben keinen Grund zu lügen. So. Ich sage dir ehrlich, ich verstehe den Gedanken. Aber was ich nicht verstehe ist, warum musst du entweder den oder den glauben? Warum schaltest du nicht selber deine Birne ein? Warum musst du Meinungen übernehmen, eins zu eins? Übernimm niemals meine Meinung als Mensch, der hier einfach steht und sich wahrscheinlich aus dem Arsch zieht für dich. Aber übernimm auch nicht die Meinung der gesamten öffentlichen Narrativs. Übernimm sie doch nicht eins zu eins und plappere sie nach. Weil du tust ja dasselbe wie auf der anderen Seite. Denk doch selber darüber nach. Und wenn du für dich den Entschluss gefunden hast, ich habe meine Parameter, so ich habe jetzt meine Entscheidung gefällt, meiner Meinung nach ist das so und so. Respekt. Aber man merkt halt, wenn jemand eine Meinung übernimmt, ob von Verschwörungstheoretikern oder von den Medien, das merkst du einfach, weil dir das Narrativ schon öffentlich gestreut ist. Und wenn es einfach nur eins zu eins jemanden wiedergibt, dann weißt du genau, wo sein Gedanke herkommt. Und das ist nicht seine eigene Meinung. Das ist eine vorgeschriebene, vorgezeichnete Meinung. Und die einfach nur zu übernehmen ist sehr einfach, weil du musst dich damit nicht beschäftigen. Und du bist natürlich auf der Seite der Öffentlichkeit, der Mehrheit, der Gutdenkenden. Deswegen sieht es immer danach so aus. Das ist das Kassel des Gutdenkende. Ja, aber in der Realität ist es nicht so. Ist leider nicht so, nein. Was heißt leider? Guck mal, ich kenne die Wahrheit nicht. Ich habe die Wahrheit nicht für mich gepachtet. Aber genauso wenig hast du sie auch nicht für dich gepachtet. Und du bist bereit aber zu reden, weißt du was? Du bist auch bereit zu diskutieren, Bro. Weißt du was? Ich meine, ich schätze dich nicht als jemanden ein, der jetzt zum Beispiel sich nicht auf ein Gespräch einlassen würde, wo jemand das, was du denkst, oder was deine Wahrheit ist, hinterfragt so. Weißt du? Bro, ich hinterfrage sogar Leuten, die angeblich als Freiheitskämpfer gefeiert werden auf der anderen Seite. Leute, die Telegram-Kanäle haben. Ich schwöre dir auf alles. Ich kritisiere sie mit meinem Auge, weil ich genau sehe, was du machst. Ich habe gemeint zum Beispiel, du hast jetzt eine Wahrheit, du hast eine Meinung. Und ich glaube nicht, dass du jetzt zum Beispiel allergisch oder aggressiv auf jemanden reagieren würdest, der deine Meinung challenged, Bruder. Das wollte ich sagen. Weißt du? Und das ist die Sache, wo ich sage, das muss es doch geben. Diese Diskussion darf nicht gelöscht werden, indem man einfach sagt, der Typ ist dumm. Ja, aber es ist einfach. Der Mensch wählt immer den geringsten Widerstand. Weißt du? Den Weg des geringsten Widerstands. Und es ist einfach, sich auf die Seite der Medien zu stützen, weil du dann die Mehrheit auf deiner Seite hast und dich plötzlich auch noch entfrusten kannst. Du kannst ja Frust ablassen, indem du sagst, boah, bist du dumm, und schreibst in den Kommentaren und lässt Frust ab, weil dein Tag kacke war. Oder deine Frau, die nicht geben wollte. Also es gibt verschiedene Punkte, warum du dich einfach entladen möchtest und auf Menschen drauf rumhackst. Wir leben leider in einer Gesellschaft, wo es leider Trend geworden ist, dass Menschen sich entladen können mit ihrer Frust, mit ihren Beleidigungen im Internet anonym. Und deswegen haben wir so eine Drauftritt-Gesellschaft. Wenn einer auf dem Boden liegt und der ist durch den Kakao... Jetzt nehmen wir mal dich als Beispiel. Du hast vor der Pandemie gesagt, ey Leute, hier stimmt was nicht. So belassen wir auch mal bei dem Satz, hier stimmt was nicht. So, was haben die Leute gemacht? Die waren alle so frustriert von der Situation, dass sie sich immer einen Sündenbock suchen. Auf dich wurde gezeigt, du hast dich vielleicht selbst zur Zielscheibe gemacht, warst du selber auch eingestanden so. Ob jetzt, was du gesagt hast, richtig ist oder nicht, darum ging es gar nicht. Es ging nicht darum, es ging nicht darum, es ging es auch den YouTubern nicht. Es war die ganze Zeit egal. Es ging nur darum, endlich haben wir einen, auf den wir einprügeln können und unseren gesamten Frust ablassen können. Und das ist immer wieder dasselbe. Und genauso auch das andere, was du gesagt hast, war damit auch involviert, sodass alle YouTuber, alle Mainstream-YouTuber, die große Kanäle haben und Reaction-Videos machen, haben sich natürlich hingesetzt und haben darauf reagiert und haben die Meinung von Mainstream vertreten. Und ich schwöre dir, ich habe es teilweise bei den Leuten in den Augen und ich habe es gesehen, dass die eigentlich nicht dieser Meinung sind, aber die wussten einfach, das ist die Meinung, die man heutzutage vertreten darf. Deswegen sage ich genau das, was man sagen darf und sage das halt so. Und die anderen Sachen, die ich eigentlich persönlich denke als Mensch, das ist das, was du gesagt hast, das ist einfach nur übernommen. Da ist keine eigene Meinung mit drin. Das ist einfach nur, okay, ich bin auf der sicheren Seite, wenn ich das promote. Ich bin auf der sicheren Seite, wenn jetzt Black Lives Matter ist, dass ich Black Lives Matter mache. Ich bin auf der richtigen Seite, wenn jetzt gerade Impfung ist, dass ich Impfung mache. Ich bin auf der richtigen Seite, LGBTQ, Ukraine, dann ist es WM boykottieren, morgen ist es Türken hassen, übermorgen ist es Migranten wieder angreifen. Also es ist ein permanentes Spiel und die Leute springen immer wieder drauf. Aber warum? Weil sie immer auf der, sie denken, sie sind immer auf der Gewinnerseite und auf der Seite, wo die meisten sind. Aber was ist, wenn in zehn Jahren, das ist der Herdeninstinkt, Bro. Wenn du in der Herde bist, fühlst du dich geschützt. Das macht nur jemand, der ein Vieh, also ein Rind oder ein Lamm ist. Ein Lamm macht das. Weil er fühlt sich in der Herde sicher. Gehst du mit der Herde, ist die Wahrscheinlichkeit niedriger, dass du von jemandem gepackt wirst oder dumm dastehst. Das ist der Herdentrieb. Das ist in deinem Kopf wahrscheinlich verankert bei den Leuten. Das ist nichts anderes. Das hat nichts mit eigener Meinung zu tun, das hat nichts mit Bildung zu tun, hat nichts mit Intelligenz zu tun oder intellektuelle, intellektuelle Aussagen zu tun. Das ist einfach nur Herdeninstinkt von Schafen, von Lämmern und von irgendwelchen Rindern, Alter. Früher war das nicht so krass, Bruder Herz. Weißt du, was ich meine? Wo ich mit YouTube noch angefangen habe? Oder es war schon immer so. Ich schworfe meine Mutter leer. Es war schon immer so. Der Individualismus ist trotzdem immer mehr kaputt gegangen, meiner Meinung nach. Weil wo ich mit YouTube noch angefangen habe oder wo Rap auch noch früher in den Kinderschuhen war, da gab es für mich mehr Characters. Da gab es für mich mehr Leute. Wir haben es nur nicht gesehen. Ich habe aber gesehen, Bruder, dass es YouTuber gab, die einfach ihren eigenen Charakter hatten, die ihre eigene Meinung hatten, die das gemacht haben, was die gerade feiern. Und nicht das machen, was gerade alle feiern und das, wo sie auf der sicheren Seite sind, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich habe schon das Gefühl, dass es mit den Jahrzehnten und mit den Jahren immer mehr kaputt gegangen ist. Wir haben es nicht gesehen. Es war schon immer so. Sagst du ja? Es war schon immer so. Wie alt bist du? 32, Bruder. Okay, wir sind nicht so weit auseinander. Ich sage dir, es war schon immer so. Ich unterhalte mich gerne mit Älteren und was die mir manchmal erzählen, was für Filme und Propaganda auf die gemacht worden ist oder wie die Medien mit denen gespielt haben, Bruder, es ist nichts anderes. Wir sind jetzt älter geworden und kriegen das einfach mehr mit, weil wir uns damit mehr befassen. Und es ist immer schon so gewesen, das ist immer wieder das Spiel. Und das wird auch nicht aufhören. Das hört nicht auf, weil die Leute da immer mitmachen. Erst wenn die Leute diese Titelblätter und diese Medienaussagen nicht mehr ernst nehmen, verliehen die ihre Macht. Ganz einfach. Und wir sind wieder schuld. Ich suche die Schuld bei uns, weil wir wieder die Konsumenten sind. Wir sind die Konsumenten. Wir steuern doch das Ganze. Das heißt, wenn unser Verhalten sich in eine andere Richtung richtet, müssen die Industrien und die Medienlandschaft und die Konzerne sich nach uns richten, weil sonst laufen wir denn weg. Sprichwort Fleisch essen, Zigaretten rauchen. Das ist doch out. Scheiße, die rennen uns weg. Wir müssen hier wieder vegan, Bio-Fleisch machen. Wir müssen gesünderes Rauchen anbieten. Icos. Scheiße, die rennen uns weg. Die gehen nicht mehr in die Kinos. Wir brauchen eine Alternative. Schnell Netflix her. Die wollen alle zu Hause bleiben. Das heißt, die rennen uns hinterher. Wir denken aber, dass wir quasi denen ausgeliefert sind. Das ist ein völlig falsches Denken. Die sind unserem Konsum, wie soll ich sagen, die müssen sich an unserem Konsum anpassen. Wir als Gesellschaft haben das Lenkrad in der Hand. Es ist uns nur nicht bewusst. Wenn wir als Kollektiv verstanden haben, dass unser Konsumverhalten die gesamte Wirtschaft lenken kann. Bro, was denkst du, was dann los ist, Alter? Du siehst es doch. Keiner hat mehr Bock auf Billigfleisch. Richtig oder falsch? Jeder guckt auf einmal, dass die Produkte nicht mit Chemie verunglimpft sind. Keiner isst mehr diese Billigschokoladenkacke. Keiner trinkt mal River Cola, Digga. Ich küsse dein Herz. Und diese Märkte und Industrien sehen das. Das sehen die doch in ihren Zahlen. Und die wollen wissen, wohin gehen die Leute. dann müssen wir denen eine Alternative bieten. Es sind dieselben Industrien. Diese ganzen veganer Biokacke, das ist alles dasselbe, Bro. Die sehen nur, dass wir diese Produkte nicht wollen. Dann geben die uns neue Produkte. Das ist permanent dasselbe. Und wenn du das einmal so ein bisschen für dich selber so begriffen hast, dann checkst du auf einmal, wo es einfach hinläuft. Und das ist halt das Problem, Bro. Das ist alles Marketing. Das hat nichts mit irgendwelchen Zaubereien zu tun. Das ist all about business, all about Benjamins. Das ist ein Business-Konstrukt, Bro. Das ist Psychologie, Marketing, Werbung, Kampagnen, Großkonzerne. Es dreht sich nur darum, Bro. Es geht nicht darum, dass man dich irgendwie, keine Ahnung, in dein Gehirn eindringt, um dir deine Seele zu entziehen und so einen Scheiß. Das ist das, was wir mit unserer Fantasie vielleicht daraus entziehen. Aber im Grunde genommen geht es nur wirklich darum, ihre Produkte an den Mann zu bringen, Konzerne reicher zu machen und uns immer wieder dahin rennen zu lassen. Es geht nur darum, Bro. In jeglicher Form. Und natürlich gibt es auch sowas wie Transhumanisten, die den feuchten Traum haben, den Menschen wie ein Cyborg zu machen. Deswegen vernetzen die uns auch mit Handys. Aber wiederum da geht es wieder um Geld, Werbung und welche Produkte, Apple, iPhone und so weiter und so fort. Das sind wieder die Großkonzerne, die wieder Reibach machen. Macht die Leute abhängig von deinem Produkt und sie werden es wie eine Droge jedes Mal wieder kaufen. Wusstest du, dass das iPhone jedes Jahr langsamer gemacht wird?